Was geht ab Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. SheMask Notorious ist back am Start für euch mit einem neuen Upload hier auf YouTube. Das Thema des heutigen Videos wird sich ganz drum drehen, dass wir jegliche Art von Black Screen oder wenn euer Screen halt schwarz wird, bevor das Spiel startet, während das Spiel startet, nach einer gewissen Zeit im Spiel, dass wir das Ganze lösen. Auch wenn ihr zum Beispiel stecken bleibt mit dem Ladebildschirm, wird sich auch durch diese Methoden, die ich euch jetzt gleich zeigen werde, lösen lassen. Und ja, und heute machen wir das Ganze in Red Dead Redemption 2. Bevor wir aber mitten ins Video rein starten, würde ich mich natürlich extrem, extrem darüber freuen, wenn ihr mir als kleinen YouTuber etwas unter die Arme greifen könntet. Ihr könntet mir den Tag versüßen beim Projekt YouTube, dass ich das weiter pushen kann, indem ihr einfach ein, zwei, drei Sekunden in die Hand nehmt, das Video minimiert, unten drauf geht und einfach auf den Abo-Button drückt. Und ich weiß, dass es immer daher gesagt wird, bitte nehmt euch wirklich kurz die Zeit, macht das kurz für mich, würde mir wirklich extrem weiterhelfen. Eigenwerbung muss auch sein, aber dabei belassen wir es jetzt auch mal und ich würde sagen, wir starten direkt mitten ins Video rein. So, die erste Sache, die wir machen wollen, um diese Art von Problemen zu beheben, ist relativ simpel. Und zwar will ich, dass ihr jetzt entweder auf eurer Tastatur die Windows-Taste drückt oder wir gehen mit dem Maus-Cursor runter in die linke Ecke, wo wir dann auf das Windows-Symbol drücken, auf Einstellungen gehen und sich dann dieses Tab hier mal öffnet. Was will ich in diesem Tab? Ich will, dass ihr erstens mal auf Gaming geht. Sind wir bei Gaming angekommen, ist das erste, was sich öffnet, die Game Bar oder die Xbox Game Bar. Was will ich hier? Relativ simpel, ich glaube auch relativ selbsterklärend. Ich will, dass ihr das Ganze ausschaltet. Bei älteren PCs, bei schlechteren PCs kann die Game Bar dafür sorgen, dass es zu Problemen kommt mit dem Spiel und mit eurem Betriebssystem. Und das wollen wir natürlich verhindern, indem wir einfach mal auf Ausschalten drücken, die Game Bar ausschalten. Es bringt eigentlich nicht wirklich was mit sich. Es kann euch gut auch dabei helfen, dass eure FPS besser wird, wenn ihr das einfach ausschaltet, weil es einfach ein bisschen Leistung zieht. Schaltet das, geht ihr gerne einfach aus. Nächste Sache ist, wir überspringen Aufzeichnungen. Das ist für was anderes. Ich meine, ihr könnt sie auch ausschalten, wenn ihr ein bisschen mehr FPS wollt. Das ist wahrscheinlich natively ausgeschaltet, aber trotzdem, wir springen jetzt mal auf Game Mode. Was machen wir bei Game Mode? Game Mode, relativ simpel. Da ist es so, die einen sagen ja, die anderen sagen nein, ich sage vielleicht. Was meine ich mit vielleicht? Ich will, dass ihr es einfach ausprobiert. Jeder PC ist unterschiedlich und jeder PC ist anders. Deshalb schaltet das ein, schaltet das aus, schaut einfach, was am besten für euch läuft, was für euch am besten passt und bleibt einfach mit dem Setting, was für euch einfach das meiste bringt. Beziehungsweise, ob das das Problem auch behebt. Gehen wir dann einmal zurück und gehen dann direkt mal auf, also wenn wir jetzt wieder in den Einstellungen sind, gehen wir wieder auf System und bleiben direkt mal bei Display. Was machen wir bei Display? Relativ simpel. Wir schauen, also ihr habt einen oder zwei Monitor, ich habe jetzt mal zwei, vielleicht habt ihr noch drei oder vier, keine Ahnung. Aber ich spiele mit diesem Monitor, der erste wird ausgewählt. Wir scrollen hinunter, gehen zu Scale & Layout, wo wir die Größe von Text-Apps und Other Items auf 100% wie empfohlen verändern oder dabei belassen, je nachdem, was ihr jetzt ausgewählt habt. Nächste Sache ist, wir gehen zu der Auflösung und schauen, dass die, das ist extrem wichtig. Es ist eigentlich relativ egal, was für eine Auflösung ihr habt. Ihr müsst nur darauf schauen, dass die Auflösung dieselbe ist, die ihr auch im Spiel verwendet. Weil da kommt es zu Überlappungen und das meistens sorgt für einen Black Screen. Ganz, ganz simpel, macht das bitte einfach. Nächste Sache ist, ich will, dass ihr zu Power & Sleep geht. Da denkt ihr euch jetzt wahrscheinlich, was will ich mit Power & Sleep? Ich zeige es euch. Da gibt es ein verstecktes Setting, wir gehen auf Additional Power Settings. Gehen hierbei auf Balanced. Das heißt, also ich habe jetzt Balance, ihr könnt Balance ausprobieren, vielleicht habt ihr es auch selber. Die drei, die am besten funktionieren, wären High Performance und Ultimate Performance und Balance. Ihr müsst ausprobieren. Welches von den beiden dafür sorgt, dass ihr keinen Black Screen oder seltener Black Screen habt. Dasselbe ist wie bei Game Mode, ihr müsst es einfach ausprobieren. Sind wir damit einmal fertig, will ich, dass ihr dieses Tab auch wieder schließt, das auch schließt. Jetzt will ich, dass ihr euren Launcher hernehmt, in dem ihr eure Spieler oder wo ihr eure Spieler runtergeladen habt. Für mich ist das jetzt Steam. Ihr macht einen Rechtsklick auf den Browser, auf den Shortcut, geht hinunter zu Eigenschaften. Dann öffnet sich dieses Fenster hier. Was ich jetzt will, ist, ihr geht auf Kompatibilität und kopiert einfach meine Settings. Relativ simpel, das hier anschalten, Windows 8, wenn für euch höher geht, Windows 10, 11, was auch immer. Natürlich anschalten, deaktivieren, deaktivieren, deaktivieren. Darum geht es eigentlich jetzt, das Programm im Administratorenmodus starten oder laufen lassen. Das schaltet ihr natürlich an. Wenn ihr damit fertig seid, geht ihr auf Anwenden. Ich habe das jetzt schon angewandt, weil ich habe das schon länger drückt auf OK. Ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, warum bei euch jetzt noch nicht dieses Administratoren-Symbol ist. Das kommt erst, wenn ihr euren PC neu startet. Was ich jetzt aber will, ist, dass ihr den Launcher startet und dementsprechend dann euer Spiel über den Launcher startet. Das wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel weiterhelfen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, nehmt ihr nochmal euer Spiel-Shortcut her. Ich habe das jetzt nicht. Ich starte das nämlich immer über den Browser. Wenn ihr das aber am Desktop habt, rechtsklick. Eigenschaften und Kompatibilität und dasselbe nochmal. Ganz, ganz simpel. Gut, sind wir damit mal fertig. Will ich, dass ihr einen Rechtsklick noch in die Mitte eures Desktop macht. Ihr geht dann auf Nvidia Control Panel. Oder natürlich kommen jetzt ein paar Leute und sagen, ich habe kein Nvidia. Ihr habt eine andere Grafikkarte, sonst würdet ihr nicht sitzen. Dann würdet ihr einfach das Programm nehmen, was eure Grafikkarte euch zur Verfügung stellt. Sind wir einmal hier angekommen, gehen wir auf Change Resolution und machen dasselbe, wie wir das, was wir vorher bei Display gemacht haben. Und zwar, dass wir die Einstellungen so anpassen, dass bei Nvidia Control Panel, bei den Display-Windows-Einstellungen und in Game dieselbe Auflösung herrscht. Wenn ihr mal probeweise ausprobieren wollt, ob es vielleicht komplett in der Auflösung liegt, könnt ihr natürlich einmal hier von den bereits zur Verfügung gestellten Auflösungen ausprobieren. Dasselbe dann wieder in den Display-Einstellungen und in Game anpassen. Und dann könnte es natürlich auch dazu führen, dass wir hier weniger Crashing-Probleme haben. Die nächste Sache, die ich euch zeigen wollen würde, ist auch relativ simpel. Und zwar, wir gehen auf... Nein, wir wollen das nicht beibehalten. Wir gehen wieder in die Windows-Einstellungen hinein, gehen auf Einstellungen, gehen auf Update & Security. Und was wir hier haben wollen, ist auch simpel. Das klingt jetzt natürlich auch sehr basic, aber vertraut mir, dass wir euch extrem, extrem weiterhelfen. Und zwar ist es das, dass ich will, dass ihr jeden einzelnen Driver auf eurem PC am höchsten Stand, am letzten Stand hält. Die neueste Version davon habt, vor allem bei schlechten PCs, bei älteren PCs extrem, extrem wichtig. Ihr kommt nicht drumherum, ohne dass ihr irgendwelche Art von Problemen mit sich zieht. Also schaut, dass euer Windows auf dem letzten Stand ist, wie bei mir gerade auch. Und schaut, dass eure Grafikkarte oder euer Treiber der Grafikkarte auf dem letzten Stand ist. Schaut, geht in eure, wie der GeForce, wenn ihr eine andere App habt, dann geht ihr da rein bitte. Geht ins Internet, geht auf einen Browser und lädt euch den letzten Treiber eurer Grafikkarte runter, letzten Driver. Ladet euch das bitte herunter. Manche Spieler laufen nicht mal gescheit, das könnte auch ein Problem sein, warum wir zu Blackscreens kommen. Weil wir einfach nicht den letzten Treiber oder Driver unserer Grafikkarte haben. Legend 0 herunter. Und wenn ihr damit mal fertig seid mit allem, was ich euch gezeigt habe, PC neu starten, extrem wichtig. Und startet dann euer Spiel über einen Launcher oder über einen Shortcut als Administrator. Ja, und das soll es jetzt auch mal fürs Erste gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, dann tut euch keinen Zwang an. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich schaue, dass sich jeder davon beantworten kann, soweit es geht, soweit es meine Zeit erlaubt. Wenn ihr mir weiterhelfen wollt, gebt mir ein Like, gebt mir ein Abo. Wenn ihr ein riesiges Problem habt, dann schreibt mir das bitte auch. Wir können das auch vielleicht auch über Discord lösen. Genau. Ich kann nicht jedem davon helfen. Ich habe schon 100.000 Leuten damit geholfen. Nicht jeder PC ist gleich. Ich versuche nur, mein Bestes euch zu helfen und darum geht es. Ja, das soll es jetzt aber auch schon mal gewesen sein. Genug geplaudert. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.